Ja, also die Penisgröße, die spielt hier gar keine Rolle. Wir sitzen da nur und kommen voll nicht drauf klar. Hallo und herzlich willkommen bei Felisa, die Games, zurück bei Let's Play Minecraft. Ich bin mal wieder nicht allein, ich habe nämlich hier eine andere Let's Player Begleitung, nämlich den Ghoulo-Fan in der Konfi. Heyo. Hallo und ja, eine Minecraft-Folge ist mal wieder überflüssig, überflüssig, habe ich gerade eben auch schon gesagt, überfällig, weil seit dem Star Wars Adventure ist ja keine Folge mehr rausgekommen und ja, wird halt jetzt mittlerweile mal Zeit. Und ich weiß schon gar nicht mehr, was ich das letzte Mal in der Folge gemacht habe, so lange ist das jetzt schon her. Ich nehme mir einfach mal die Kakaobuhn mit. Und Chris, was kannst du uns heute so Nettes erzählen? Ich habe einen Großmembraner. Genau, er hat jetzt einen Großmembraner, hat jetzt dasselbe Mikro wie ich und jetzt hört er sich besser an. Jetzt hat er ein schönes professionelles Mikro und ja. Was auch relativ lustig bei mir auf dem Schreibtisch steht. So eine Teufelskonstruktion, ne? Ja. Ich gucke mal, ob ich hier in die Mine gehen kann. Chris, du entscheidest jetzt, soll ich in die Mine gehen und eine Monsterfalle bauen, weil ich habe in der letzten Folge einen Spawner gefunden oder was soll ich tun? Was hast du noch so zur Auswahl? Ich weiß gar nicht, hast du irgendeine Idee, was ich machen könnte? Ich gucke gerade, was kann man machen? Was hast du denn schon so? Hast du schon einen Charting-Table und so? Ah ne, den habe ich noch nicht. Gute Idee. Ja genau, dann kann ich mal farmen gehen und kann dafür sorgen, dass ich Diamanten kriege. Dann kannst du ja erstmal Diamanten suchen unter der Erde. Dann gehe ich einfach mal in Lähm ein. Nju, nju, nju. Und da sind wir auch schon in der Mine. Oh, Frame-Anbruch. Einen Moment. Zack. So. Erstmal den zweiten Bildschirm ausgemacht, weil der ist gerade unnötig. Weil ich habe ja keine Musik am Laufen und sowas. Sagen wir einfach mal, 19 höre ich auf. Weil ich habe jetzt gerade gar nicht auf die Uhr geguckt, so schlau wie ich bin. Und, äh, gut, jetzt möchte ich noch wissen, wie ich jetzt hier meinen Abstieg in der Mine mache. Ich glaube, ich mache das einfach mal mit Wasser. Ganz spartanisch. Äh. Sparta. Sparta, das ist Sparta. Das ist Sparta. Nehme ich mir mal ganz, ganz fix den Cobblestone mit. Ich muss nur dafür sorgen, dass ich hier jetzt nicht runterfalle und mich auf die Nase lege. Das wäre nämlich nicht so besonders klug. Äh. Give me that. Ich hoffe nur, dass unten irgendwo Diamanten sind, weil von hier aus sehe ich natürlich gar nichts. Da mache ich mir immer hier so eine Art Sicherheitsschutz rum. Und die Lava, die ich hier habe, die werde ich mir erstmal... Äh, leck. Die werde ich mir erstmal vorerst hier in so einen kleinen Schlitz reintun. Hey, er hat Schlitz gesagt. Schlitz! Schlitz! So, und... Dann versuche ich einfach mal hier rüber zu kommen. Oh. Like a boss. Und das kommt dann hier rein. Äh, so. Gut. Jetzt brauche ich, äh, mehr Wasser. Oh, da unten ist Lapis. Cool. Ich gehe mal hier runter. Lapis ist so unnötig. Das brauchen wir ja nur für Wolle und ich meine jetzt, ich glaube nicht, dass du höchstens für einen Regenbogen, aber sonst weiß ich jetzt nicht, warum du blaue Woll brauchst. You only need Lapis if you have swag. Ja, ich finde das ein bisschen unnötig, dass man das nur unter der Erde findet. Ja. Ja, das wäre cool, wenn es irgendwie so eine Art blaue Rose oder so was, irgendeine blaue Blume. Ja, da könnte man das zumindest besser machen, also. Und dafür noch ein anderes Erz oder so. Dafür, also ich fände es persönlich besser, äh, wenn dafür ein Erz in der Hölle da wäre. Ja, also irgendein Erz, was man nur in der Hölle in so Höllen-Dungeons finden könnte. Ja, das wäre schon cool. Also generell Erz in der Hölle wären ganz cool. Es wurde ja jetzt dieser, dieser Amboss in Minecraft geadet, was ich auch persönlich cool finde. Ja, heute. Ja, heute. Ist halt nur so eine, ist halt nur so eine Sache, ob man das jetzt braucht, dass man seine Tools jetzt Penis oder sowas nennt. Ich finde es lustig, aber das ist ein bisschen übertrieben, dass es so viel Level kostet. Hallo Leute. Ich glaube, eine Umbenennung 24 Level. Guck mal, das ist mein Schwert und gleichzeitig auch mein Penis, weil es heißt Penis und ich labere mal wieder zu viel Kacke. Und bei meinem Texture Pack habe ich dann die Schwerter größer gemacht. Größer, hm. Ja, ja, deswegen ja. Genau, genau deswegen, ne, ihr wisst schon. Ja, ja, deswegen. Die älteren Zuschauer wissen jetzt genau warum, ne? Die älteren. Die älteren. Die kleinen dürfen jetzt nicht verstehen, warum länger besser ist, aber Hauptsache die Technik stimmt, ne? Ja. Boah, ey, ich hatte auch, wenn wir grad bei dem Thema sind, irgendwann mal in Bio mussten wir irgendeinen Film schauen, ne? Okay. Ja, also nichts Schlimmes eigentlich, weil das machen die im Unterricht nicht wirklich. Und dann war da so ein Junge und der meinte dann, stand da vor der Kamera und ich hab mir nur gefragt, wie viel haben die dem gegeben, damit er das redet. Weil dann stand er so vor der Kamera und meinte so, ja, also die Penisgröße, die spielt hier gar keine Rolle. Aber wir sitzen da nur und kommen voll nicht drauf klar. So beim ersten Date so, ja, die Penisgröße. Ja, wir haben es mir so gedacht, hä, wie viel muss der Gesender dem gegeben haben, damit er das sagt, weißt du? Das wäre alles ja voll dumm. Dann haben die die ganze Zeit nur so eine Scheiße gelabert, ey. Ja, und dann waren dann, das hat mich so an Oliver erinnert mit dem Gruppenduschen, weil, äh, ich lass mal, so Leute, ich lass da mal extra die Seife fallen. Ja, genau das, weil dann sind die die ganze Zeit mit der Kamera so durch die Dusche gelaufen, also da waren immer ganz viele Mädchen in so, in so, ähm, nur mit so Handtüchern um. Dann hat der immer so ran gesoomt und ich denk mir nur, wie pädophil muss der Kameramann sein, wenn der ganze Zeit durch die Dusche läuft und dann immer so ran zoomt, die ganze Zeit so. Oh, das war richtig schlimm, ey. Ach du Scheiße. Ja, Schule ist schon Bullshit. Oh Gott, ey. Und da sagt man auch, man lernt was in der Schule, ey, da verblüdest du teilweise. Ja, dann kommen da nur so Assis raus, die dann meinen, die Penisgröße spielt gar keine Rolle. Ja, genau. Ja, da weiß man, da weiß man direkt alles über ihn Bescheid. Ja. Also, das musst du echt schon mal schaffen, so was, so jemanden vor die Kamera zu kriegen, ey. So schwellend, Penisgröße nix. Nein, witz, wir sollen ja hier nicht, äh, rassistisch werden, sonst kamen noch Leute und sagen, ey, was hast du gegen meinen Bruder Ali? Gegen meinen Bruder Ali. Klopf, klopf. Und dann muss der Christi schnell muten. Ich mach dann erstmal hier so ein, ich mach mal ja hier den Fiverr-Alone-Kommentator. Weil, naja. Anders geht's halt nicht, ne? Oh, ich höre einen Enderman. Ja, toll, ich mach's mir einfach nur schwerer, als ich's überhaupt will. Ja, wie gesagt. Ich sollte mir am besten irgendwie ausleuchten. Damit ja der ganze Scheiß nicht mehr rumfließt, das ist ja echt. Gruppentuschen, nix passiert. Ich hab grad, ich hab grad den, ich hab grad den Fiverr-Alone-Kommentator gemacht. Das hörst du, da kommt da so ein einziger Pieptun drüber, so. Die ganze Zeit. So ein durchgehendes Piepen, was so. Was kommt, bis ich sag, Gruppenduschen. Das hat mich jetzt gerade voll erschreckt. Ich war so, ich war so, ich war so voll, äh, voll. In mich gekehrt. In mich gekehrt, das hört sich so falsch an. Äh, ich war voll in mich gekehrt, sagen wir es jetzt einfach mal so. Und, ähm, sagst du, komm jetzt mach mir hier das Wasser weg. Und dann kommt auf einmal Gruppenduschen. Ah ja, herrlich. Oh, ein Dungeon-Geräusch. Hui. Das ist Hero-Brian, er will dich holen. Nein. Doch. Mami. Mama. Also, ich finde das auch irgendwie komisch, dass Hero-Brian überhaupt sozusagen da ist. Also, dass Leute sich den überhaupt irgendwie ausgedacht haben oder so. Keine Ahnung. Ja, aber stimmt, da gab es den ja nie und den gibt es auch nicht. Ja, das verstehe ich nicht. Irgendwie, dass, das, äh, die, weil, das kommt ja nicht von alleine. Ich meine, irgendwer muss den ja da wohl voll abgespackt haben in seinem Gehirn und den dann irgendwie in Minecraft gesehen haben oder was. Ja, irgendeiner hat sich den ausgedacht und hat das wohl durch ein Mod oder hat es einfach gephotoshoppt oder hat einfach im Multiplayer jemanden gesehen und hat dem dann weiße Augen gemacht oder was weiß ich. Und, äh, und sobald ich das mal in einem, in so einem Video gesehen hab, es hätte den wohl nie gegeben und irgendwie, es wurde wohl ein Minecraft-Post veröffentlicht und angeblich hätte dann denjenigen, hätte denjenigen dann ein gewisser Hero-Brian angeschrieben, er hat dann geschrieben, Stopp. Total die Kacke. Hä, was für ein Stopp? Ja, er hatte wohl diesen Minecraft-Post, äh, veröffentlicht oder sowas. Und Hero-Brian, also der, ein Account Hero-Brian hätte ihm wohl geschrieben, Stopp. Kann ja gut sein, wenn irgend so ein Typ so Bescheid im Kopf ist. Und, ähm, und dann haben alle sich so, haben alle gedacht, oh mein Gott, das muss Hero-Brian sein, bla, bla, bla. Ja, und da hatte irgendeiner dann behauptet, Notch hätte wohl einen toten Bruder und so. Und irgendwann hat Notch dann getwittert vor einem halben Jahr oder sowas, dass der nie einen Bruder gehabt hatte oder der hatte irgendwie nur eine Schwester oder sowas. Okay. Soweit ich weiß. Aber das ist einfach total bescheuert, dass man dann auch so eine Kacke behauptet, die dann im Endeffekt gar nicht stimmt und setzt dann da irgendwelche, äh, Gerüchte in die Welt, das ist, äh. Ja, ich find's okay, dass daraus jetzt ein paar Mods entstanden sind, die ja richtig lustig, äh, relativ lustig sind. Mhm. Aber, äh, äh, ansonsten, naja, ist das schon ein bisschen komisch. Und dann gab's da so viele Fakes, wie man den angeblich beschwören könnte und so eine Kacke. Ja. Und das stimmt ja dann noch nicht mal, also. Für diejenigen, die immer noch glauben, es würde Hero-Brian geben, dann, naja. Falls ich hier auch total ein Humbug labere oder so, könnte ich's ja mal in die Kommentare schreiben, falls ihr irgendwann mal den wirklich gesehen habt und ich einfach nur Kacke labere oder einfach nur das YouTube-Video, was ich da gesehen habe, falsch verstanden habt. Ihr könnt, ihr wisst bestimmt sowieso wie immer mehr. Könnt ja wieder so ein Aslack und meint, ich schau hier oben rein gesehen. Ja, genau. Ich bin ja immer der Dumme, ihr habt immer alle recht. Das war ja auch nie anders. Ja, das ist immer so in der YouTube-Szene. Ja. Das war nie anders. Zumindest in der deutschen YouTube-Szene. Diese ganzen geldgeilen YouTube-Partner, YouTube-Money, die haben ja sowieso keine Ahnung, die sind aber sowieso alle verblödet im Kopf. Äh, ja. Summit.es.u. Äh, und, ja. Ich weiß gar nicht so genau. Ja, der macht ja sozusagen mit, der macht ja heutzutage sogar schon mit Facebook-Geld, soweit ich weiß. Was? Wie das denn? Ja, der hat ja mal irgendwann behauptet. Der hat mal irgendwann behauptet, hab ich mal von jemand anderem gehört, dass der dann mit Facebook-Geld machen würde oder so. Und wie das? Kein Plan. So viele Leute gehen auf Facebook, deswegen ihm weiß ich nicht. Ich weiß, null Ahnung. Man kann auf Facebook so Werbeanzeigen starten. Vielleicht hat der ja mal eine über seinen Kanal gemacht. Und deswegen hat er dadurch ja dann eigentlich im Endeffekt ja Geld gemacht. Kann man sagen. Ja. Ich geh jetzt nochmal schnell. Facebook-Partner. Ja, ich bin Facebook-Partner. Ich bin Facebook-Partner. Ja, genau. So ein Doppel-Banner. Oder an der Seite wäre auch eine ganz geile Idee. Jo, genauso. So ein Seiten-Banner. Hello, hi. Okay, die Farben darf ich einfach mal wachsen bis zur nächsten Folge. Ich stelle mich dann mal wieder hier gediegen in meiner kleinen Ecke. Und ich verabschiede mich dann bis zum nächsten Mal. Zuletzt mit Minecraft. Ich lasse einfach mal den Chris nochmal Tschüss sagen. Tschö. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.